Was ist das Studium der Philosophie, der Religionswissenschaft und der Sinologie? Es schloss sich ein Aufenthalt in Taipei, in Taiwan an, ab dem Jahr 2005 und dort entstanden weitere Forschungen und vielfach beachtete Veröffentlichungen über die konfuzianische Philosophie des 20. Jahrhunderts. Und hierbei übersetzte er unter anderem das Werk von Chun Chien Huan, Konfuzianismus, Kontinuität und Entwicklung ins Deutsche. Sicherlich für sich genommen schon ein sehr exzeptioneller Lebenslauf, der jedoch im Jahr 2009 mit der Veröffentlichung seines ersten Romans, Grenzgang, eine gänzlich andere Wendung nahm. Diese berufliche Neuorientierung war nicht nur von den Verkaufszahlen her lohnenswert, auch das Urteil der Fachwelt war außerordentlich positiv. Dieser Debütroman, Grenzgang, gewann 2009 den Aspekte-Kulturpreis für das beste Debüt des Jahres und stand, wie auch der zweite Roman unseres Botschafters, auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. 2014 erhielt die Verfilmung des Romans Grenzgang den Grimme-Preis und im gleichen Jahr wurde unser Botschafter durch die Akademie der Künste mit dem Kunstpreis Literatur ausgezeichnet. Die Akademie der Künste hat dies auch begründet. Sie war, ich zitiere, beeindruckt durch seine Versiertheit, Ausdrucksstärke, Formbewusstsein und psychologische Raffinesse. Der Autor verfolgt die Nöte und Konflikte seiner Helden mit Empathie, Intelligenz und Genauigkeit. Zitat Ende. Es handelt sich, meine Damen und Herren, um Stefan Thome, einen Weltbürger mit mittelhessischen Wurzeln, einen Biedenköpfer, der in Lissabon und Taipei lebte und lebt, der sich auf langen Studienreisen mit Tibet und Nepal, den Philippinen und Malaysia, China und Japan auseinandergesetzt hat, der im Logbuch seines Surkamp-Verlages, einem Weblog über deutschsprachige Literatur, spannende Beiträge und Bilder aus dem Herzen von Taipei veröffentlicht und insbesondere einen ganz eigenen Blick auf die dortigen politischen Proteste im Jahr 2014 und dessen strukturelle Hintergründe bietet. Ein Autor, der sich mit seinen neuesten Romanen nach Ansicht eines Literaturkritikers als Stadthalter Max Frischs in der deutschen Gegenwartsliteratur etabliert hat. Umso überraschter waren seine Eltern, meine Damen und Herren, als er bei diesem Lebenslauf seinen ersten Roman im Mittelhessischen ansiedelte, in Bergenstedt, hinter dem sich Biedenkopf verbirgt. Doch sie waren, wie unser Botschafter einmal sagte, nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung, war doch einer der meistgehörtesten Sätze in seiner Jugend. Junge liest doch auch mal ein gutes Buch. Das hat der Junge gemacht und das scheint funktioniert zu haben, meine Damen und Herren. Die Bücher von Herrn Thornay werden nach meiner Ansicht zu Recht von der Kritik hoch gelobt. Wir haben uns vorher verständigt, dass ich zwei kleine Fragen stellen darf. Und ich glaube, Mittelhessen, das muss man sich mal klar machen, ist zweimal so groß wie das Saarland. Und man kennt nicht so jeden Brauch, obwohl der Grenzgang natürlich schon legendär ist. Aber erklären Sie doch mal kurz vielleicht für all die, die nicht aus Marburg-Biedenkopf oder aus dem Biedenkopfer-Bereich kommen, was es mit dem Grenzgang auf sich hat. Der Grenzgang ist ein Heimatfest, ein historisches Heimatfest, dessen Wurzeln unklar sind. Sie reichen weit zurück, aber man weiß gar nicht ganz genau, wie weit eigentlich. Das Besondere an dem Grenzgang ist ein Umstand, den ich mir in dem Buch zunutze gemacht habe. Der Grenzgang wird alle sieben Jahre gefeiert. An drei Tagen, drei aufeinanderfolgenden Tagen, laufen die Bewohner Biedenkops oder alle, die mal Bewohner Biedenkops waren oder sich vielleicht mit den Gedanken tragen, mal Bewohner Biedenkops zu werden, alle aus der Region laufen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Grenzen des Ortes ab. Mit Musik, mit Bier, mit Spaß und in guter Laune. Und weil es nur alle sieben Jahre stattfindet, hat es in dem Ort einen sehr großen Stellenwert, weil man eben sehr viel Zeit hat, sich darauf zu freuen, bis er das nächste Mal kommt. Und im Buch habe ich mir diesen Umstand zunutze gemacht, dass ich eben aus dem Leben meiner beiden Protagonisten in diesen sieben Jahresschritten erzähle, also immer auf ihr Leben gucke, sieben Jahre, 14 Jahre, 21 Jahre später, weil sich im Laufe eines Menschenlebens innerhalb von sieben Jahren irgendetwas geändert hat und man, wenn man kurzpunktgenau in diesem Fest drauf guckt, vielleicht ein Gespür davon bekommt, was sich in der viel größeren Zeitspanne währenddessen getan hat. Im Buch ist es ein bisschen anders, wir haben vorhin darüber gesprochen. Der Protagonist, ich nenne ihn jetzt, nachher weiß ich nicht, Thomas Weidmann, fährt von Berlin nach Werkstatt. Und im Film gibt es eine Szene, auf die habe ich sie vorhin angesprochen, da fragt ihn seine Freundin, glaubst du wirklich an diese Verbundenheit, Wald, Heimat und kühles Bier. Das steht nicht so im Buch, da ist es ein Telefonat, wir haben es vorhin kurz besprochen. Wie geht es denn Ihnen? Fragt man Sie auch, wenn Sie mal wieder hierher kommen? Und fragt man Sie auch nach Wald und kühlem Bier oder solchen Dingen? Oder wie ist das für Sie? Nach Wald? Ja, man fragt mich manchmal wieder, also ich wohne in den letzten Jahren schwerpunktmäßig in Taipei, also sehr weit weg von hier in einer Weltgegend, wo man keine sehr konkrete Vorstellung von Mittelhessen hat, meistens. Und das fragt man nicht so spezifisch, wird da kühles Bier getrunken? Sondern, also das setzt man voraus, da es ja in Deutschland ist. Sondern man fragt ihn, wie es da aussieht, was für eine Region ist da? Was ist das und was ist das Besondere an ihr? Und ja, eine waldreiche Gegend ist es und eine Gegend, in der viel Bier getrunken wird, auch in meinem Roman. Insofern, ich weiß nicht, ich habe gerade im Hinterkopf den Satz ausprobiert, ob ich daran glaube. Kann man an kühles Bier glauben? Ich weiß es nicht. Aber genießen kann man es. Und insofern sind das Dinge, die auch ich genieße. Und wenn ich für in letzter Zeit immer nur kurz, aber gerne wieder hier in der Region bin. Also Herr Peters von der Licherbau Reisler und ich kann sagen, wir hier glauben an gutes Bier und werden es nachher auch probieren können. Herr Thome, eine letzte Frage. Sie haben es schon gesagt, oder wir haben es ja laut dazu gesagt, sind wirklich in der Welt unterwegs gewesen, zu Hause, ich glaube, mehr im Ausland gewirkt als hier. Und all denen, die es noch nicht geschafft haben, die Welt nicht nur auf Reisen, sondern auch mal so intensiv zu bearbeiten, sage ich mal, oder dort zu arbeiten. Glauben Sie, dass man Perspektivwechsel zu dem, was Region für einen hier ist, wenn man das macht? Ich glaube schon. Also die Dinge, mit denen man aufgewachsen ist, die einem selbstverständlich sind, weil sie nie anders waren und weil man sie nicht anders kennengelernt hat, die verlieren diese Selbstverständlichkeit. Wenn man eben in anderen Regionen sich aufhält und mit anderen Selbstverständlichkeiten konfrontiert wird. In meinem Fall, ich habe die ersten 19, 20 Jahre meines Lebens im Diebenkopf verbracht, von Urlaubsreisen abgesehen, nicht nur im selben Ort, sondern im selben Haus, in dem meine Eltern bis heute wohnen. Also für mich hat Heimat und Zuhause einen ganz klaren, ganz konkreten Ort. Und durch die Aufenthalte in ganz anderen Weltgegenden habe ich natürlich einen anderen Blick und finde Dinge, die ich vorher nicht hinterfragt habe, jetzt habe ich eine Möglichkeit, das zu tun, was die Antwort noch nicht vorweg nimmt. Also das kann sowohl in eine kritische Haltung münden, dass man sagt, das könnten ja hier auch Dinge anders gemacht werden. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren, wenn man sich in der Fremde auffällt, immer irgendwann feststellt, dass man Dinge vermisst und sozusagen der Abstand eigentlich dazu führt, dass man sie umso mehr wertschätzt und sie einem umso näher steht, in gewisser Weise. Also wir sagen immer, gehen Sie raus in die Welt und erzählen Sie von Mittelhessen, nicht, dass wir nördlich von Frankfurt liegen, sondern von Mittelhessen. Vielen Dank, Herr Thome. Wir sind aber auch hier, um ein bisschen was zu hören aus dem Grenzgang. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Jetzt haben Sie ein paar Minuten hier das Podest für sich. Vielen, vielen Dank, dass Sie Botschafter Nummer 26 geworden sind und wir freuen uns sehr auf Ihr Vorlesen aus dem Buch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich wurde gebeten, einen ganz kurzen Ausschnitt, nur zweieinhalb Seiten, aus einem meiner Bücher vorzulesen und mit dem Zusatz war die Bitte versehen, es möge einen Bezug zur Region geben. Also habe ich zu meinem ersten, schon erwähnten, Buchgrenzgang gegriffen und erspare mir weitere Vorbemerkungen, indem ich einfach die ersten beiden Seiten vorlese. Sie spielen, Sie haben es gerade schon gehört, in einem fiktiven Ort, Bergenstadt, der meinem Geburts- und Heimatort Biedenkopf nachempfunden ist. Trotz allem, denkt sie, der Garten ist ein Traum. Von Osten her brechen Sonnenstrahlen durch die Ligusterhecke, legen sich waagrecht über aufblühende Beete und nehmen die Stämme von Birken und Kastanien in Besitz. Eine Stille aus Vogelgezwitscher und Insektengesumpf füllt die schattenkühle Luft des beginnenden Tages und lässt alle anderen Geräusche verblassen. Verkehr auf der Hauptstraße und Schülergeschrei unten im Ort. Ein Netz aus weißem Tau bedeckt die Wiese, löst sich langsam auf, wo Sonnentupfer durch das Blattwerk fallen und beteiligt sich am Wechselspiel von Licht und Schatten. Schmetterlinge umgarnen den Flieder in seinem blauen Turmgefäß. Im Morgenmantel steht Kerstin auf der Terrasse und drückt sich die Zeigefingerspitzen gegen die Schläfen. Ein Autor kommt vom Maibaumplatz den Rehsteig herab, passiert das Haus und biegt links ab talwärts und fast ohne Gas, wie nachbarschaftlicher Sorge um die morgendliche Ruhe. Dann kehren Stille und Vogelgezwitscher zurück, als wären sie zwischen Hecken und Bäumen in Deckung gegangen. Hinter ihrem Haus rauscht die Wasserleitung. Nach dem Frühstück und der ersten Tasse Kaffee fühlt sie sich beinahe gut, beinahe dem Tag gewachsen, obwohl sie wieder schlecht geschlafen hat und erst die Gartenarbeit am Nachmittag diesen Anflug von Kopfschmerzen vertreiben wird. Ein Druckgefühl dicht unter der Schädeldecke. Ohne zu viel Klon entlässt ihr Schlaf sich schon um vier Uhr morgens in die fahle Dämmerung eines weiteren Tages. Ab jetzt ist es neun und Kerstin macht einen Schritt nach vorne, spürt die Wärme der Sonne angenehm an den nackten Fesseln. Jedes Jahr im Frühling gibt es einen Tag, in dem sie das Gefühl hat, der nächste Sommer ziehe wie ein großes Versprechen herauf, reihte ihr von den grünen glänzenden Bergrücken am Horizont entgegen und obwohl sie es besser weiß, lässt sie sich verzaubern von seinem Anblick und ist machtlos gegen den Glauben, dass in diesem Sommer alles besser werden wird. Und warum nicht, würde Anita sagen, jedenfalls besser als Selbstmitleid, stattdessen Selbstbetrug. Du müsstest nur auf mich hören und endlich wegziehen aus diesem Kaffee. Kerstin lässt die Hände sinken und schüttelt den Kopf. Vielleicht ist es die schiere Länge des Hinterländerwinters, wie sie gegenüber dem Sommer so leichtgläubig macht. Übrigens kann sie nicht wegziehen. Erstens, weil sie nicht weiß, wohin. Zweitens, wegen Daniel. Drittens, wegen ihrer Mutter. Und viertens, sie lässt den Blick durch den Garten schweifen und bleibt an der großen Hecke hängen. Meinrechts haben ihre Seite trimmen lassen vor einer Woche und nicht versäumt, der Frau Nachbarin anzubieten, die fröhlichen Helfer aus der Behindertenwerkstätte auch auf die andere Seite zu schicken. Der Frau Nachbarin. So, als wären sie sich nach fast sieben Jahren des Namens noch immer nicht sicher. Es gäbe es zum Beispiel kein Schild neben der Tür, an die Frau Meinrich eigens gekommen ist, um das Angebot zu überbringen. Mit diesem vorwurfsvollen Gesichtsausdruck, den Kerstin erst noch lernen muss, in seiner bestimmte, dem Alter eigene Form der Fürsorglichkeit zu verstehen. Dankend hat sie abgelehnt und auf ihren Sohn verwiesen, der mit seinen 16 Jahren wohl in der Lage sei, eine Hecke zu stützen. Sie glückliche Frau Meinrich, mürrisch, dauergewählt und zu aufdringlich parfümiert, hat sich auf ihren Stock gestützt und nicht näher erläutert, worin sie das Glück ihrer Nachbarin sieht. Dass seine steile politische Karriere Meinrich Junior bis ins ferne Wiesbaden verschlagen hat, geht kaum als Unglück durch. Und deshalb weiß Kerstin auch im Rückblick nicht zu entscheiden, wie viel Aufrichtigkeit in Frau Meinrichs Bemerkung gelegen hat und was gegebenenfalls das andere gewesen sein mochte. Durch die Hecke hindurch sieht seine schemenhafte Bewegung im Garten ihrer Nachbarn. Erst neulich wieder war ein Bild im Bergenstädter Broten, auf dem Klaus Meinrich die Aktentasche des hessischen Ministerpräsidenten vor sich hertrug, mit messdienerhaftem Ernst in der Miene, während der Ministerpräsident selbst nebenher schritt und sein übliches, routiniertes Gesicht machte. Immer noch trägt der Junior den Bürstenhandschnitt des Vaters, und soweit ein Schwarz-Weiß-Bild darüber Aufschluss gibt, scheinen sich auch die Blutdruckwerte einander anzunähern. Tipptopp ist eines der Lieblingswörter des Alten, egal ob es um Frisuren, Hecken oder Politiker geht, und Daniel kann ihn imitieren, wie er dabei eine Miene macht, als zitiere er griechische Klassiker im Original, wie schon Platon wusste, Hauptsache Tipptopp. Dankeschön. Meine Damen und Herren, der neue Botschafter, Stefan Kuhnig. Kommen wir zum nächsten Botschafter, unserem nächsten Lauter Torek. Sie ist Mitglied im Vorstand von Mittelhessen e.V. und Pröbstin der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau von Anne-Gedbrodt-Kammer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was würden Sie antworten, wenn Sie in einem Quiz danach gefragt werden, Was ist ein Mascher? Ich müsste passen. Mein Mann, der Lederstrumpf gelesen hat, der wusste die Antwort. Der Mann, den ich Ihnen heute als Mittelhessen-Botschafter vorstellen darf, hat solche Mascher trainiert. Hundeschlittenführer, die unter anderem in Eiswüsten Rennen veranstalten. An sich ist das ja schon bemerkenswert, ein Hundeschlittenführertrainer aus Mittelhessen. Aber ich darf Ihnen schon jetzt verraten, es kommt noch besser. Unser Mittelhessen-Botschafter ist 1984 geboren. Er stammt aus Lahnau im Lahn-Dill-Kreis. Das ist eine Region, die, das wissen Sie alle, sich nicht gerade dadurch auszeichnet, dass es dort extrem heiß ist und extrem kalt ist es dort auch nicht und extrem steil geht es da auch nicht zu. Aber ihn zieht es genau in solche Regionen auf der Welt, denn er ist extrem Bergsteiger oder wie er selber sagt, wie es ihm lieber ist, Profi-Bergsteiger und das auf extrem hohem Niveau. Er hat auf der ganzen Welt schon schwierige Routen bewältigt, in Alaska, Bolivien, Kyrgyzstan. Er hat dabei auch ganz neue Routen entdeckt und ausprobiert, legt dabei Wert darauf, möglichst wenig technische Ausrüstung dabei zu haben. Ein Satellitentelefon muss nicht immer sein, habe ich von ihm gehört. Man muss auch nicht immer per Block der ganzen Welt sofort mitteilen, was man erlebt. Dafür viel intensive Einsamkeit, kräftige körperliche Herausforderungen und natürlich auch das Entdecken eigener Kräfte, eigener Möglichkeiten, eigener Grenzen. Solche Reisen werden natürlich immer geplant, auch mit halbwegs kalkulierbarem Risiko, aber gefahrvoll bleibt dieses Abenteuer immer. Und so wurde er 2012 im Juni bei einer Solo-Besteigung des Denali, den meisten von uns besser bekannt als Mount McKinley, höchster Berg Nordamerikas, da wurde er beim Abstieg von einer Lawine mitgerissen. Spiegel TV hat darüber eine Dokumentation gedreht und dazu heißt es, als Extrembergsteiger ist Florian Hill daran gewöhnt, sich regelmäßig in Todesgefahr zu begeben. In seiner Jugend wollte unser Botschafter ein normaler Sportler werden. Er begann zu boxen im Boxteam Lahn und wen wundert es noch, als Leistungssportler war er unter anderem am Olympiastützpunkt Frankfurt an der ODA. Heute ist Florian Hill neben all diesen körperlichen Herausforderungen ein erfolgreicher Unternehmer. Er gründete 2012 die Unternehmensberatung Hill Alliance in New York. Er fördert transatlantische Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA. Er arbeitet als strategischer Berater für den Think Tank European Horizons an der Yale University und er wurde dort 2015 zum Fellow des Jonathan Edwards College ernannt, gemeinsam mit dem Chemie-Nobelpreisträger Thomas Arthur Stiles. Florian Hill lebt in New York und in Alaska, aber er hat den Kontakt zu Mittelhessen nie verloren und es war vorhin sehr schön auf dem Flur zu sehen, dass Menschen aus Lanau kamen, wussten, er ist heute hier, seine Eltern und viele andere. Er arbeitet auch beruflich mit Unternehmen aus der Region zusammen, zum Beispiel mit dem Wetzlarer Hersteller von optischen Komponenten Henna Gefort oder mit dem Messebauer Georg Becker von Messe Pro aus Lanau, es ist auch einer seiner Sponsoren. Sein Lebensmotto ist kurz und knapp, never stop. Ich freue mich sehr, dass Florian Hill, Bergsteiger und Unternehmer auf unsere Anfrage, Mittelhessen-Botschafter zu werden, so positiv reagiert hat. Ich freue mich auch, dass er den Weg nicht gescheut hat von Texas, wo er im Moment ein Projekt mit Tieren, die noch etwas größer sind als Hunde, auf der Pfanne hat, dass er diesen Weg auch nicht gescheut hat, hierher zu uns nach Gießen zu kommen. Begrüßen Sie den 27. Mittelhessen-Botschafter Florian Hill. Noch vier, fünf Sekunden, da lag ich dann unten im Dreck. Und beim zweiten Bullen hatte ich dann schon die acht Sekunden geschafft und so ging das weiter und dann ganz zum Ende dieses Events hatte ich dann im Prinzip meinen, ich sag mal so, meinen schönsten Ritt auf dem letzten Bullen gehabt und dafür dann auch so eine große Gürtelschnalle gewonnen, die mir überreicht worden ist. Die habe ich heute nicht an, hätte ich eigentlich tun sollen, auch wenn ich so diesen Dresscode der Herren hier vorne wahrscheinlich nicht ganz so entsprochen hätte. Ja, also das war, ob es jetzt wirklich ein Projekt ist, ich hatte vor einigen Jahren, jetzt wird es in den Kopf gekommen, zwar auch wieder so eine Kombination aus Mensch, Natur und auch sehr archaisch, was vielleicht in der modernen Gesellschaft überholt klingen mag. Ich habe mich natürlich sehr eng auch mit diesem Thema Tierschutz beschäftigt. Ich muss mittlerweile sagen, dass ich das Gefühl habe, diese Bullen, also diese professionellen Bullen, auf denen ich geritten bin, die haben zum Teil ein besseres Leben als die Katzen und Hunde meiner Kumpels. Das sind zum Teil Millionen schwere Tiere, die dann zur Weiterzucht verwendet werden und genau, das war, ja, ob das jetzt mein letztes Projekt war, ich habe noch ein kleines Ziel nächstes Jahr beim professionellen Rodeo in Wyoming, soweit es mit meinen geschäftlichen Aktivitäten d'accord geht, noch teilzunehmen, das wird von ferner liefen von Gewinnen sein, aber das hat auch bei dem Bullenreiten, glaube ich, wie auch beim Bergsteigen, anders vielleicht wie beim Olympischen Boxen, mit dem ich eigentlich meine sportliche Laufbahn begonnen habe, hat die Komponente Gewinnen da nicht viel zu tun. Aber jetzt ein harter Cut von diesem neuen Hobby, so nenne ich es mal, wir haben es in der Laudatio schon gehört, wenn man aus Schlanau kommt, wie kommt man drauf, auf die ganz hohen Gipfel und in die Einsamkeit, um diese extreme Situation zu kommen, also ich habe mich gefragt, waren Sie mit Ihren Eltern am Dünsberg unterwegs oder irgendwie, haben Sie das schon irgendwie hier gelernt? Woher kam dieses Bedürfnis, diese extremen Dinge zu tun? Das ist, also die Frage kriege ich sehr häufig gestellt und gerade von Menschen natürlich aus der Region, das ist schwer zu erklären. Vielleicht auch, vielleicht muss man das auch gar nicht erklären, vielleicht brauchen wir nicht für alles eine Erklärung im Leben. Ich hatte irgendwann diesen inneren Drang, Abenteuer zu erleben und zu leben und bin da auch in der Nachbetrachtung einen relativ radikalen Weg gegangen. Ich hatte mal in einem Interview zur National Geographic gesagt, die Sehnsucht ist meine Krankheit. Das war ein sehr bold statement, wie man das in Amerika sagen würde und ich glaube, das wird mich wahrscheinlich auch mein Leben so begleiten mit Abänderungen. Man merkt schon, man wird auch älter momentan. Also mittlerweile bin ich dann auch 32. Ist noch nicht so alt, aber für ein Leistungsportler, meine Damen und Herren, fände die Mitte der Praxis bei 30 an. Darf ich den Vorschlag für Sie, Herr Held? Wir sind in der Region, das wissen viele gar nicht, mit fünf Mittelgebirgen. Also ich sage es mal so, in 30, 40 Jahren können Sie hier abtrainieren, kommen Sie zurück und machen die schönen Wanderungen. Da gibt es auch hier im Raum einige, die sich richtig gut auskennen mit den Wanderwegen. Da gibt es auch hier im Raum einen Raum undegoge, den Person in der Säure erläutern. Du bist auch hier ein www. Hi G艋